Da hätte man nochmal drüber gehen können Fette, wir reagieren heute auf Bellydance Nein, ich tanze jetzt nicht, ich lasse es Von Capital Bra und Pano Pano noch nie gehört Aber ja, ist bei den Musiktranz, Tranz auf Nummer 4 Tranz Und ich meine nicht dieses Tranz, sondern diese Tranz Let's get it mate Wir haben einen gelben Audi, Spaß Ein, ist das ein, ich hab keine Ahnung von aus Das ist ein Ashton Martin gewesen, oder? Das ist eine, eine G-Klasse Und das sind Nike-Schuhe Okay, also der Russe und der Ukraine haben sich hier verbündet Damit sind die schon mal einen bedeutsamen Schritt weiter Als unsere gewählten Leute Ja, mir hat das gefallen, gerade den Switch, dass er dann die Line vollendet hat Halt dich zurück, halt dich zurück Und wenn du fragst, wie ich's Mali mach, bis in Achter und Abi hat meine Stadt ist wie Stalingrad Oh, okay, hart, hart. Meine Stadt ist wie Stalingrad. Meine Stadt ist wie Stalingrad. Sie sagt, Balmo, mach Gabi nach. Robert Balmo hat war die Gart. Aber Pano ist bei Kito aus und fickt deine Manikras. So many men schlampen machen Bellydance. Früher drogen die Leute sind wie Main Event. Hier kommt zwei böse Mannschaften. Warte, früher, ähm, warte. Die Leute sind wie Main Event. Die kommen zwei böse Mannschaften. M-menge was? Früher Drogendealer, heute sind wir was? Ich weiß nicht. Okay, die Hook ist schon mal nice. Die Hook ist, ist, ist das, ist das entweder jetzt ein Build-Up, so eine Pre-Hook und jetzt kommt erst die Hook. Oder, ähm, das ist schon die Hook und die hat so ein Build-Up für die Parts, weil der Part ging eben auch schon echt ab. Das gefällt mir. Gestern noch der Ticker mit dem ersten Sonny Ericsson. Heute hab ich einen Black-X-West-American. Die Abloh oder Hurricane, Hayat oder Sheridan, Adlon oder Reddison, Rainbow oder Skeleton. Ah, das war aber nicht so deutlich ausgesprochen. Die Abloh oder Hurricane, Hayat oder Sheridan, Adlon oder Reddison, Rainbow oder Skeleton. Das war, ey, da hätte man nochmal drüber gehen können. Aber, ja, vielleicht ist es auch ein künstlerisches Argument. Annelon oder Reddison, Rainbow oder Skeleton. Element. Annelon oder Reddison, Rainbow oder Skeleton. Ich find das lustig. Wir sind gut vernetzt, von Belieb ist Budapest. Weißt du nicht, sowas wird halt am Ende so zu einem Legenden-Statum, wenn man so sagt, Sie wissen doch... Annelon oder Reddison. Ja. Mein Budapest während ich das Budapest. Was für Rücken für ein lilanen, kommt Bock dann. Deinen Clan was ich hoffel in den Kopf haben. Geine Manager und drücken um mich um sind nur Banditen. Wir wollen Parabath und wir sind nicht zufrieden. Warte, hä? Hat er keine Frau? Ich hab gedacht, Kapital Brrrr hat eine Frau? Oder ist das seine Frau? Wer tanzt da so? Er ist auf jeden Fall sehr konzentrierend. Ich denke auch immer bei so einem Shooting, wenn du da so einen Labdance bekommst und du hast halt so deine Boys hinter der Kamera und die Situation ist so, ja okay, gut, wenn du erregt bist, ich kann nicht fassen, dass ich jetzt darüber rede, aber wenn du jetzt erregt bist, so ja, who cares, man? Du bist ja ein Mann und wenn sie hot ist, dann ist ja alles gut. Wer sagt da irgendwas? Da sagst du so, ja, ist halt eine tolle Frau. Aber trotzdem, dann sind da deine Bros hinter der Kamera und dann noch irgendwelche fremden Leute. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und dann denkst du so, yeah, es fehlt nicht mehr viel und dann sind wir auf einer anderen Plattform. Damn! Dieser Dr. Dre und Eminem Vergleich, der gefällt mir. Da würde ich sagen, aber Kapital Bra wäre der Dr. Dre und er wäre dann der Eminem. Schon nice, schon nice. Hat was, hat was. Ist verdient in den Trends, finde ich. Geht echt fit. Und sie haben sich sehr gut ergänzt. Auch die Hook und die Parts. Also lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, für mehr Reaktionen oder mehr Videos. Ich weiß nicht, was will ich überhaupt generell für so Videos gerade machen. Ich meine, wir haben jetzt hier tausend gehittet. Erstmal Dankeschön dafür. Und ich denk so, ich kann jetzt, mir steht die Welt offen. Ich kann jetzt Videos machen. Und ja, ich hab schon mal tausend Leute, die da sind und außerdem monetarisiert. Weil die ganzen Reactions, die sind halt nicht monetarisiert. Like, what am I doing? So, und dann denk ich so, okay, mach ich ein bisschen andere Videos. Da kann ich vielleicht ein bisschen Geld damit verdienen, weil, ähm, I mean, look at this. Look at, this is my life. Ich meine, es ist gut, es war los, könnte schlimmer sein, aber es ist nicht viel da. Ja, und, ähm, I need that cash, man. I need that money. Come on, gib mir das Geld. Nein, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr unten meinen Amazon Affiliate Link ausprobieren. Und, äh, ansonsten so in eure Favoriten packen. Und dann immer, wenn ihr was von Amazon kauft, dann, ihr wisst ja Bescheid. Jetzt bettel ich gerade ein bisschen um Geld, aber ja. Ähm, ja, ich überlege halt echt, was will ich überhaupt für Videos machen. Reactions sind geil, aber ich will nicht nur Reactions machen. Ich will generell jetzt auch unabhängig irgendwie vom, vom Geldaspekt oder so einfach mal noch was anderes machen. Und ich überlege so, was könnte ich so machen. Ja, mal gucken. Vielleicht habt ihr eine Idee oder so, oder mir fällt noch irgendwas ein. Ich probiere mich ein bisschen aus. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gerne einen Kommentar. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.